Bad girls, hands up, put your hands up. Bad girls, let me sing it if you're with me. Bad girls, hands up, put your hands up. Guten Morgen, Leute! Der Kay, der ist natürlich auch mit dabei. Welcome to my crib. Das ist Sweeney. Wir haben diesen Bus, weil wir heute ein fettes Video drehen. Deswegen spannende Sachen, die heute passieren. Let's go. It's raining and burning. Das ist so eine Eigenschaft. Hello again. Ich habe schon das Wieszeichen und ich sage nur Film Nummer 2. 3, 2, 1, Aktion. So Leute, wie geht's euch? Hello. Ja? It's all about flashing lights. Halb 2 haben wir. Heute ist ein ganz großer Tag wieder für mich. Drehtag Nummer 2 von Orimai Beauty. Bist du ready für den großen Tag, Schatzi? Ah, da ist ein Schälchen. Und, Vicky, Lampenfieber? Von 1 auf 10 würde ich sagen 8. Kommt aber gleich, wenn ich vor der Kamera stelle. Kamera ab. Now we're getting magic in there. Ich habe ein bisschen die Lyrics vergessen, aber es war geil. Ehrlich. Die spontanen Aktionen sind immer die geilsten. Es ist 2 Uhr. Ich bin wirklich platt. Wir haben lange, lange gefilmt. Und jetzt geht's ab in die Kiste. Ab und schlafe schlafe. Bis nächstes Mal. Meine Lieben, wir sind hier gerade am Orimai Beauty Set. Wir haben den dritten und letzten Drehtag. Vicky, wie ist's? Es ist frisch, sagen wir mal so. Aber es ist schon immer sehr ausprägend hier. Charlie, happy oder was? Ja, immer happy, man. Hallo, die Ladies, wie geht's euch? Guuuut. Richtig schön, smile, geil. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt haben wir den ersten Schuss mit den Mädels. Ja, wir sind hier. Nein. Pass auf. Das ist mein herzendes Projekt. Und ihr seid jetzt ein Part sozusagen, in meinem Video, auch von mir. Danke, 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 dass ihr da seid. Und ein Stoß auf euch haben. Bad Girls, Hands up, put your hands up. Bad Girls, Lady, sing it if you're with me. Bad Girls, Hands up, put your hands up. Bad Girls, let's sing it if you're with me. Bad Girls, Hands up, put your hands up. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020